Jetzt zeigt ihr noch das Haus mit vier Schlafzimmer. Das ist schon ziemlich fettig und bewohnbar und vermieten wir auch schon. Das ist das Living hier, das Living Area. Und dann das vier Schlafzimmer, hier ist ein. Es ist eine Ahnung, wie es aussieht. So ungefähr. Und da geht es ins Badzimmer hinein. Jetzt die Badwanne, da hinten. Und da jetzt eine Dusche. So eine Glaskabine mit der Dusche. Und da kann man raus schauen. Dann gehen wir zum anderen Haus rüber. Und nachher jetzt hier vorne. Dann ist ein Tisch da. Da können jetzt 10-12 Leute dran sitzen und essen. Das ist das Zimmer vor dem Haus. Das ist jetzt natürlich nicht zweck gemacht. Weil im Moment wohnt niemand da drin. Das Dach ist so. Und da geht es hier ins Badzimmer hinein. Und so ungefähr. Okay. Jetzt kannst du dir da ein bisschen eine Vorstellung machen. Da hier. Da kann man raus gehen. Auf die Terrasse. Und dann ist das Zimmer. Und dann ist es ein anderes Haus. Und dann ist es eine Sitz. Und oben. Und der hat vielleicht nicht so gut bezüglich. Was ist das encrypted. Die Entschl engineer sie hier auch schreckt.